PlanSpecDriven erlaubt Rohrklassen gesteuertes Arbeiten im PNAD mit Übernahme der Informationen in die 3D-Verroderung. PlanSpecDriven enthält viele Features, die im Rahmen dieses Einführungsvideos nicht gezeigt werden können. Beginnen wir zunächst eine neue Leitung zu zeichnen. Nach Abfluss können automatisch Flansch-Symbole hinzugefügt werden. Nach Eingabe der Rohrklassen-Informationen wie Rohrklasse und Nennweite sucht PlanSpecDriven bereits die richtigen Flanscher heraus. Setzen wir nun Inline-Objekte wie Kugelhähne oder Rückschlagventile ein, sucht PlanSpecDriven in der entsprechenden Rohrklasse und Nennweite nach passenden Elementen. In unserem Beispiel sind diese geflanscht. Daher kann PlanSpecDriven auch hier Flansch-Symbole wiederum mit Rohrklassen-Informationen einsetzen. Setzen wir jedoch ein allgemeines Armaturen-Symbol ein, fragt PlanSpecDriven, was wir tatsächlich aus der Rohrklasse auswählen wollen, und kann anschließend das korrekte Symbol einsetzen. Im Baum von PlanSpecDriven kann man dann sehen, was bereits alles in der Leitung eingefügt wurde. PlanSpecDriven kann auch Verbindungselemente wie Dichtungen einsetzen, die ein- und ausgeblendet werden können. Teil von PlanSpecDriven ist der sogenannte Attributfluss, bei dem beliebige Eigenschaften eines Rohrleitungssegmentes innerhalb einer Rohrleitungsgruppe von einem Segment an andere Segmente weitergegeben werden können. Ändern wir an dem Abzweig zum Beispiel Nennweite, Isoliertyp und Stärke, wird zunächst das T-Stück gegen ein reduziertes ausgetauscht, bevor wir gefragt werden, ob diese Informationen an die verbundene Leitung in der anderen Zeichnung weitergegeben werden sollen. Wir sehen jetzt, dass diese Informationen auch in der anderen Zeichnung angekommen sind. Schauen wir uns zum Beispiel die Eigenschaften des T-Stücks an, sehen wir, dass die Daten aus der Rohrklasse vorhanden sind. Damit lässt sich auch aus dem PIN-ID bereits eine Stückliste erzeugen mit korrekten Artikelinformationen. Aus dem PlanSpecDriven Baum zeichnen wir nun die Leitung aus dem PIN-ID im 3D. Nach Abschluss sehen wir im Baum bereits die ersten grünen Punkte. Das bedeutet, dass diese PIN-ID-Elemente auch im 3D existieren. Als nächstes setzen wir die drei Armaturen ein und sehen sukzessive, wie der ganze Baum grün wird, bis alle Teile eingesetzt wurden. Wenn wir jetzt im PIN-ID zum Beispiel den Tag eines Symboles verändern, dann sehen wir diese inkonsistent sofort im Baum. Wir können uns dann die Details dazu anzeigen lassen und die Daten ins 3D übernehmen. Wir sehen dann den geänderten Tag auch im 3D. Dankeschön für Gerda.